Guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Hanse-Erni-Museum. Mein Name ist Heinz Stahlgut, ich bin der Leiter des Museums und begrüße Sie heute Morgen zu einem besonderen Termin hier im Museum. Die Luzerner Museen veranstalten ja regelmäßig die sogenannten Museumsseitensprünge. Das heißt, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eines Museums einen Kollegen, eine Kollegin in einem anderen Museum besucht und dass man dort gemeinsam über Objekte aus der Sammlung oder die aktuelle Sonderausstellung spricht. Ich habe heute Morgen hier zu Gast Frau Dr. Kerstin Wieter, eine liebe Kollegin aus der Sammlung Rosengart, mit der ich heute Ihnen die Ausstellung Kunststoffplastik vorführen möchte. Da wir momentan ja noch keine Besuchergruppen zu Veranstaltungen empfangen dürfen, zeigen wir Ihnen gerne diese Ausstellung heute als Live-Event über das Internet. Viel Spaß dabei! Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Heinz, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr gefreut, hierher zu kommen, weil mich der Titel der Ausstellung schon sehr, sehr beeindruckt hat. Den Kunststoffen in Bezug auf Materialität als Skulpturen, als Plastik in der Tat, habe ich nie die Aufmerksamkeit geschenkt, die ich ihr jetzt geschenkt habe mit der Ausstellung. Das war schon mal ein besonders schöner Anlass. Und dann natürlich dieses fantastische Wortspiel zwischen Plastik als Oberbegriff der Skulptur, als einer Form der Skulptur, kann man sagen, aber dann natürlich auch dieser Vielschichtigkeit des Materials, Kunststoff, was die Ausstellung hier in hervorragender Form widerspiegelt. Und ich dir sehr dankbar bin, weil du so wunderbar kuratiert hast, auch durch die Geöffnetheit des Raumes, der Architektur, so wie es bespielt ist jetzt, die Zähnographie, die bringt das auch sehr, sehr schön zum Vorschein. Es ist eine Bewegung hier drinnen, nicht nur in der Art und Weise, dass es eben nicht nur gehängte Exponate sind, nur empfindet sie mitten im Raum drinnen. Und dann das Werk selber, das Exponat selber, wie wir jetzt gleich sehen werden, das hat ja eben auch eine unglaubliche Dynamik und ist alles andere als rigide an der Wand hängend. Viele, viele Argumente hierher zu kommen. Für deine ausführliche Antwort auf meine Frage, warum wir uns heute Morgen hier befinden. Im Moment stehen wir gerade vor einem zeitgenössischen Werk eines jungen russischstämmigen Künstlers, Lefkesin, erarbeitet mit einem ganz ungewöhnlichen Material, nämlich mit Silikon. Das kennen Sie vielleicht aus dem Badezimmer, wo damit Fugen abgedichtet werden. Und das ist ja eigentlich ein ganz banales Material, das ist aber auch sehr typisch hier für die Werke in der Ausstellung, dass die solches Material benutzen, das wir alle aus dem Alltag kennen, wo ja Kunststoffe allgegenwärtig sind. Lefkesin bearbeitet dieses Material auf einer ganz besonderen Weise. Er fügt nämlich diesem eigentlich ja durchsichtigen, klaren Material Pigment bei und trägt damit eine erste Schicht seiner Malerei auf. Dann fügt er wieder anderes Pigment, dem Silikon hinzu und fügt eine weitere Schicht dazu. Und das führt dazu, dass es in diesen Gemälden diese unglaubliche Tiefe gibt, dieses Changieren, dieses Schillern der Farbschichten und gleichzeitig eben dann man auch immer noch sieht, wenn man das Bild von der Seite anschaut, wie vielschichtig im wahrsten Sinne des Wortes diese Malerei ist. Und das ist von daher ein schöner Einstieg in diese Ausstellung, wo man eben diese verschiedenen künstlerischen Umgangsweisen mit dem Kunststoffplastik sehr schön nachvollziehen kann. Und was mich beeindruckt hat, als ich das allererste Mal mit dir durch die Ausstellung gehen durfte, dass ich gesehen habe, wie wichtig es ist, immer auch mal den Standort zu verändern, also ruhig auch mal ein bisschen weiter weg zu gehen, die Perspektive auch in dem Sinne schön auszukosten. Man bekommt, du hast es gesagt, wunderbar, besser kann man es nicht sagen, wirklich das Gefühl dafür, dass dieses zweidimensionale Werk eine unglaubliche Tiefe hat. Und hätte ich nicht gewusst, aus welchen Materialien jetzt eben das Ganze beschaffen ist, man hätte gut und gerne auch denken können, von weiter weg, es entwickelt so eine Art wie Falten quasi, es hätte etwas ganz Haptisches auch an sich und das macht es so spannend, denke ich, es macht es eben auch dieses Irrisierende aus. Unabschließbar. Jetzt gehen wir zu Arbeiten, die so den Anfang markieren, als Plastik in die Kunst Eingang gefunden hat. So, wir haben jetzt einen Sprung gemacht von der unmittelbaren Zeitgenossenschaft mit der Arbeit von Lefkesi zu Werken, die den Anfang markieren, der Phase, wo Plastik, wo Kunststoffe in die bildende Kunst eingehen. Wir haben hier mehrere Arbeiten von Künstlern und Künstlerinnen, die schon ganz früh in ihrer Karriere mit Plastik gearbeitet haben. Als erstes haben wir hier ein Werk von Georges von Tongerloh, ein Zeitgenosse von Hans Ernie, der auch mit ihm in verschiedenen Künstlergruppen zusammen war und ihn auch gut gekannt hat. Und an dieser Arbeit, die jetzt aus den 50er Jahren stand, von Tongerloh hat aber auch schon sehr viel früher mit diesem Material gearbeitet, sieht man sehr schön, was die Künstler und Künstlerinnen an diesem Material interessiert hat. Das ist ein Material, das sich in jegliche Form bringen lässt, das man durchsichtig machen kann, das man aber auch einfärben kann, wie das hier Max Bill bei seinem Werk getan hat, das von daher auch undurchsichtig sein kann. Man kann verschiedene Farbstoffe einfügen. Also das Plastik bietet eigentlich genau das, was sich Künstler und Künstlerinnen am Anfang des 20. Jahrhunderts, weil in den 20er Jahren gibt es ja das erste Mal eigentlich solche Werke aus solchen Kunststoffen, was sich Künstler in dieser Zeit eben von einem Werkmaterial gewünscht haben. Viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten, unterschiedliche Stoffqualität, all das bot das Plastik am Beginn des 20. Jahrhunderts schon. Du wolltest uns etwas erzählen, wie andere Leute in dieser Zeit auf dieses Material reagiert haben. Ja, das eben hat mich auch sehr beeindruckt oder hat mich ein wenig auch dazu inspiriert, das nochmal ein bisschen zu vertiefen. Zum einen den wunderbaren Beitrag, den auch wirklich sehr begründen Text von Katrin Kolb im Ausstellungskatalog. Sie geht da eben auch der Frage nach, der Deutsche Werkbund 1907 als eine Vereinigung gegründet zwischen Unternehmern, Architekten, aber natürlich auch Künstlern, Sachverständigen. Und da war nicht nur mehr sofort die Begeisterung groß und das Lob, fast für ein fantastisches, vielschichtiges, vielseitig zu verwenden das Material, sondern ganz im Gegenteil, man hat gesagt, ja, aber wo ist denn die Materialgerechtigkeit, wie der beeindruckende, große, bedeutende Architekt, Gottfried Semper immer gesagt hat, wo ist denn dann diese Oberflächenbeschaffenheit, das Spiel eben, das Wunderbare einer Marmorskultur, eben aus dem Stein gehauen und dann das Haptische, dieses wirklich auch schöne Gefühl der Oberflächenbeschaffenheit, einer Holzskulptur zum Beispiel. Und dieses Chamäleonartige, was du ja vorhin so schön beschrieben hast, vom Kunststoff, das fanden sie ganz im Gegenteil eigentlich eher negativ, als hätte es eben nicht sein Eigenleben in dem Sinne, sondern es ist ja wirklich sehr anpassungsfähig und das wurde nicht immer noch mehr rein positiv geäußert oder gesehen. So schön. Ja, Kerstin, so ein Besuch gibt ja auch immer die Möglichkeit, dass die Besucherin sich Werke aussuchen kann, über die sie gerne mit mir sprechen möchte. Und du hast dir dieses Werk von der Basler Künstlerin Rosa Lachenmeier ausgewählt. Sie hat eine ganz besondere Unterlage für ihre Malerei verwendet und ich glaube, das hat dich am meisten gereizt. Das stimmt. Ich habe mich mit ihr ein bisschen auseinandergesetzt auch, das sage ich ganz ehrlich, weil sie auf verschiedenen Social-Media-Kanälen sehr viel auch über sich erzählt hat und das hat mich wirklich fasziniert, was sie gesagt hat. Und es gibt so ein wunderschönes Zitat, von der möchte ich am liebsten anfangen, von ihr. Von all den verwendeten Alltagsobjekten nimmt die Schallplatte für mich einen besonderen Platz ein. Als Tonträger brachte sie damals die Welt der Musik nach Hause und wurde dadurch ein Prestigeobjekt der Jugend. Als schwarz glänzende, runde Scheibe hat sie einen unwiderstehlichen Reiz und es ist immer noch so, sagt sie, dass es einer ihrer liebsten Bildträger ist. Und als solches, das muss man wirklich sagen, wenn man hier, so wie wir jetzt kurz davorstehen, so nahe herankommen dürfen, schön, dass wir das können, weil das auch zum Seherlebnis, denke ich, festfest mit dazugehört. Man sieht die Benetplatten, man erkennt aber jetzt, dass sie mit diesem wunderbaren Reiz sind, diese glänzenden Oberfläche, etwas ganz Fantastisches macht. Und zwar entsprechend jetzt wiederum zum Sehen. Also wir haben schon vom akustischen Klangerlebnis gehört, aber jetzt vom Seherlebnis, dass sie Kameras mit einsetzt, dass sie Scheinwerfer mit einsetzt. Das war das, was ich am Anfang meinte, dass wir hier in einer Ausstellung sind, die so viele Facetten hat, die so viel und weit gefächert ist, dass jedes Exponat des Wertes in Ruhe wirklich zu betrachten, weil es in sich sehr viel Dynamik und Bewegung mitbringt. Nicht nur, wie die Schaltplatte sich bewegt, sie erinnern sich noch beim Schaltplattenspieler, sondern eben auch, was sie jetzt auch dieses, oder was sie aus diesem gemacht hat, aus welcher Begeisterung heraus sie jetzt eben entsprechen, auch dieses Scheinwerferlicht im Blick überhaupt, die Fotokamera als Icon, als Gegenstand des Sehens. Das hat mich sehr begeistert, das muss ich wirklich sagen. Danke dir! Jetzt hier unmittelbar neben der Arbeit von Rosa Lachenmeier mit den Schaltplatten, die Kerstin so gut gefallen hat, ist eine Arbeit von einem amerikanischen Künstler, Jenny Daya Caesar. Und er hat auch etwas ganz Besonderes gemacht. Er hat Kunstfahrt genommen und damit solche Objekte hier geschaffen, die wir hier am Boden liegen sehen. Und Kerstin, was sieht man, wenn man diese Objekte anschaut? Also ganz im Ernst gesprochen, im ersten Moment war ich so begeistert, war ich so bewegt von dieser Oberflächenbeschaffenheit, dass ich dachte, es sieht aus wie eine Maserung. Das war der erste Weg. Der aber verantwortlich war dafür, dass ich mich hinkniete und entsprechend, wenn man jetzt näher herankommt, die einzelnen Gegenstände denn genauer versucht habe zu verorten. Und da fällt zum Beispiel, was braucht ein Maler natürlich, unter anderem eine Maltube, ab 1830 gab es die ja, dass hier diese integriert ist. Was für ein raffiniertes, aber auch unglaublich aufregendes Spiel von diesen verschiedenen Gegenständen. Das macht Freude, das macht wirklich, das reizt einen noch einmal stärker, denn hinzuschauen. Also ein wunderschönes Trompeleu hier eigentlich. Genau, das ist das Spannende. Die Daya Cesar hat nämlich den ganzen Bestand sozusagen seines Ateliers in diese Blöcke mit Kunstharz eingegossen, hat das alles auf dem Boden mit diesem Kunstharz bedeckt und dann diese Schnitte gesetzt. Und es ist eben ganz interessant zu sehen, wie die Gegenstände teilweise dadurch im ersten Moment erstmal ihre Erkennbarkeit verlieren. Und man das Gefühl hat, das wären eigentlich abstrakte Plastiken mit diesen Mustern. Und erst, wenn man näher rangeht und das genau anschaut, kann man dann eben so einzelne Objekte wie eine Farbtube, die Kerstin schon erwähnt hat, erkennen oder Tassen oder eine Papprolle zum Verschicken von Briefen oder sonst etwas. Also all das ist hier in diesen großen, schweren Kunstharzblocks eingegossen. Eigentlich wie eine umgekehrte Archäologie. Ja. Und alles mit Kunststoff, was wieder recycelbar ist, also wiederverwertbar ist. Und das Recyceln, das Wiederverwertbare, das ist ein ganz, ganz ungemein wichtiges Argument beim nächsten Künstler, den wir uns jetzt genau anschauen. Gut, das machen wir. mit dem von mir ausgewählten Werk von Rosa Lachenmeier sind wir jetzt schon ein erstes Mal der Populärkultur begegnet, die Schallplatte als Objekt, die eine wichtige Rolle spielt, wie du schon Rosa Lachenmeier zitiert hast, in der Jugendkultur. Also, dass da Dinge aus der Alltagskultur in die Hochkunst eingehen. Und ein Künstler, der das auch sehr stark gemacht hat, oder fast sogar in die andere Richtung gemacht hat, dass Kunst nämlich in den Alltag Eingang findet, das ist Christo, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin Jean-Claude ja immer wieder, wie Sie wissen, großformatige Installationen in der Landschaft, aber auch im Stadtraum realisiert hat. Und wir haben als Beispiel hier in der Ausstellung drei solche Collagen, die Christo gemacht hat und die er dann verkauft hat. Und mit dem Erlös dieser Collagen haben er und seine Lebensgefährtin ihre Projekte finanziert, um finanziell unabhängig zu sein, sich nicht von jemandem sponsern zu lassen, der ihnen Vorschriften macht. Also es ging ihnen immer darum, unabhängig zu bleiben. Und dafür waren diese Collagen gedacht, die aber gleichzeitig natürlich auch so ein Projekt wie diese Verhüllung der Bäume auf den Champs-Élysées veranschaulichen. Und wenn man da mal näher drangeht, dann sieht man, sie arbeiten einerseits mit Fotografien, des Ortes, aber auch mit Kartenabschnitten. Es wird beschrieben, was für ein Projekt das ist, wann das hätte stattfinden wollen, weil dieses ist jetzt ein Projekt, das nicht realisiert worden ist. Und um zu veranschaulichen, wie das denn aussähe, wenn die Kronen der Bäume so völlig verhüllt wären, hat Christo hier ganz simple Plastikfolien genommen, die mit Zwirnsfarben testgebunden ist und dann das Ganze noch mit weißer Farbe übergangen, sodass man das Gefühl hat, es ist wirklich so ein Stoff, der die Baumkronen völlig einbildet. Und das, was du gesagt, hat Christo eigentlich immer so gemacht, dass dieses Material dann auch immer wieder verwendet werden kann. Ja, genau. Also das war Ihnen extrem wichtig, ausgesprochen wichtig. Wir werden gleich noch auf zwei Projekte eingehen. Ein Projekt hat uns vor allen Dingen immer wieder sehr viel bedeutet und das war in der Fondation Wälder im Jahr 1998, im späten Herbst 1998. Das war ein Projekt, an dem ging er schon 30 Jahre mit Jean-Claude. Und André hat er immer wieder darüber nachgedacht. Es waren Räume. Also nehmen wir mal ganz kurz hoch. Man sieht sehr schön auch noch die Signatur. Ich war live mit dabei, als er das signiert hat und mir in die Hand gedrückt hat. Das verließt man, glaube ich, nie so etwas. Aber im Ernst gesprochen, dieser Bero B.A. Parks, das ist hinten von der Sionbele dort im Hintergrund noch. Er hat Laubräume ausgesucht, ganz tierliche Laubräume, wiederum ganz große und zwar aus einem einfachen Grund. Es ging ihm um dieses Erlebnisbild, dass die Bäumchen natürlich je nach Saison, je nach Jahreszeit verändern sie sich selbstverständlich. Das erleben wir ja jetzt in der Natur auch ganz wunderbar, Gott sei Dank. Aber dass er mit so einem kleinen, feinen Stoff, der ja wirklich durchsichtig ist, wie man im asiatischen Raum die Bäume auch verhüllt hat im Winter, um sie zu schützen. Denn wenn nachher der Stoff abgenommen wird, und das gilt eigentlich für alle seine großen Projekte, dann bekommen die verschiedenen Dinge, seien es Bäume, seien es große architektonische Meisterwerke, seien es Brücken in Paris, seien es an die Illen. Eben allein, sie bekamen auf einmal einen anderen Wert eigentlich. Und das war ihm sehr, sehr wichtig, dass diese Verhüllung eben auch in uns einen Prozess auslöst. Aber schon allein im Moment, und das ist ja ephemär, es ist vergänglich, schon im Moment, dass wir dort ein Erlebnis mitbringen, und was du eben vorhin so wunderbar gesagt hast, das sind ja nun Kunstwerke, die bleiben. Aber sie erinnern uns natürlich wieder daran, an verschiedene Projekte, die er eben hier realisieren wollte. Das hier, denke ich, ist natürlich jetzt, wenn Sie die Geschichte hören, auch nochmal für uns hochinteressant. Das ist ja ein kleines, kleines Stückchen, und zwar Polyripengewebe, mit aluminisierter Oberfläche. Und von diesem Stoff hat er 100.000 Quadratmeter ausführen lassen, um das Gebäude, das Reichstaggebäude, was Sie jetzt hier sehr schön sehen können, Heinzelt, gerade weil eine Postkarte, und natürlich eben aus diesen verschiedenen Dingen wurde ja auch ein Gewinn resultiert, mit dem dann nachher, haben wir vorher gehört, andere Projekte wieder umgesetzt wurden. Was man hier sehr schön sehen kann, dieser geschichtsträchtige Ort, schwieriger Ort, bekam natürlich durch diesen Stoff, schwer wie er ist, eine ganz andere Form, eine ganz andere, wie soll ich sagen, Haptik. Und was für uns natürlich interessant ist, in dem Moment, ist, dass er dieses Projekt lange, lange, lange mit seiner Lebensgefährtin immer und immer wieder neu angegangen ist, denn die Politiker, die deutschen Politiker, waren nicht der Meinung, dass man es umsetzen könnte. Also was bewundernswert eigentlich ist, bei den beiden auch, nicht nur, dass die Ideen recycelt werden, dass sie wieder aufgegriffen werden, sondern auch, Entschuldigung, ihre Hartnäckigkeit, daran zu bleiben, und das auch wirklich dann umzusetzen. Aus derselben Generation wie Christo stammt die Künstlerin, von der diese beiden Objekte hier sind, Niki de Saint-Fall, die ja vor allen Dingen bekannt geworden ist mit den großen Nana-Figuren, also die üppigen weiblichen Figuren, die eben auch mit Kunststoff gemacht waren, und aus diesem Kunststoff sind auch diese Vasen hier gemacht. Es ist eben keine Keramik, wie man im ersten Moment, oder Porzellan, wie man vielleicht denkt, sondern es ist Kunststoff, unter anderem deshalb, weil das ein Material ist, das preisgünstig ist, mit dem man eine große Auflage realisieren kann, und so halt auch sich viele Leute leisten können, sich so ein Werk zu kaufen, und das war ja auch im Interesse besonders dieser Generation der unmittelbaren Nachkriegskunst, dass sie eben ihre Kunst in einem breiten Publikum zugänglich machen wollen. Ja, wenn Sie einmal Zeit haben und das Reisen wieder möglich ist, dann unbedingt den Tarrogarten in Gavicio besuchen, in der südlichen Toskana, unglaublich schön und natürlich auch für uns jetzt hochinteressant, weil diese kleinen, feinen, also Entschuldigung, relativ gesehen natürlich, Vasen und dann eben diese immens großen Gebäude, wo Sie wirklich durchwandern können, und hier, wo ich meine Daumen drauf halte, das ist eine Küche. Das ist also wirklich ein Lebensraum, wo Sie mit Jean D'Aimely tatsächlich Ihrem Lebensgefährten ja auch gelebt hat, und das war ein Herzenswunsch von ihr, diese Tarrogarten, Sie kennen sie alle, wiederum ja ein Gegenstand, dass sie das umsetzen wollte und dann solch eine fantastische Gegend ausgesucht hat. Und ja, gerade heute Morgen, als ich dich jetzt heute besucht hatte, war es für mich wiederum schön, ich komme aus Zürich, und der Engel, der Reisenden, eine Nana, der beschützt uns. Und dieses immens große Wesen, das über ihren Köpfen hinweg schwebt und eben entsprechend dafür Sorge trägt, dass wir auch gut ankommen, das ist tief, tief in meinem Gedächtnis eingekriegt, die Nanas. Jetzt haben wir von den 60er Jahren, Christo und Niki de Saint-Fall, wieder einen großen Sprung gemacht in die Zeitgenossenschaft, eine konzeptuelle Arbeit von dem Luzerner Künstler Martin Gut. Er hat sich schon längere Zeit mit diesem Zitat von Michelangelo herumgeschlagen, dass eigentlich in jedem Steinblock eine Skulptur schon drin enthalten ist. und Martin Gut ist dann auf die Idee gekommen, dann könnte er ja den umgekehrten Weg gehen und er lässt einen 3D-Drucker das größte, für ihn größtmögliche Volumen drucken und dann sind in diesem Block ja potenziell eigentlich auch schon alle Skulpturen enthalten, die man sich vorstellen kann, was man sehr schön sieht, da hinten an der Zeichnung, die er als Teil dieser Konzeptarbeit versteht, dass da auch in diesem Block, den dieser 3D-Drucker, den uns die Firma 3D World zur Verfügung gestellt hat, als Sponsoring, dass da eigentlich schon alle Skulpturen der Welt sozusagen drin enthalten sind. Und das ist natürlich eine sehr interessante Arbeit, weil dieser Drucker eben auch die ganze Zeit während der Ausstellung läuft und die ganze Zeit eben eigentlich Kunststoff produziert im doppelten Sinne des Wortes. Also eine Maschine, die jetzt sozusagen dem Künstler die Arbeit abnimmt. Oh je, das bricht mein Herz. Vor allen Dingen deswegen, weil ich mich augenblicklich sehr mit Sophie Täuber auch befasse, eine Künstlerin, die wirklich mit Leib und Seele gelebte Abstraktion, ist es ja die Ausstellung von Dr. Eva Reifert in Basel im Kunstmuseum, sich wirklich entsprechend damit auseinandergesetzt hat. Was kann ich tun, um den verschiedenen einzelnen Dingen, und seien Sie noch so klein, eine Seele einzuhaufen. Und hier haben wir jetzt ein Apparat, entsprechend, der das Mahnungfaktor, also das mit der Hand gemachte, dass das jetzt hier ersetzt wird, interessante und wirklich wahrscheinlich wichtige Begebenheit, mit der man sich einfach auch noch entsprechende auseinandersetzen muss. Aber passt natürlich auch sehr schön zu diesem Material Kunststoff. Du hast es eingangs ja erwähnt, dass es da auch viele Vorbehalte gab, eben genau deshalb, weil man beim Kunststoff eben nicht mehr die persönliche Handschrift des Künstlers, der Künstlerin sieht, sondern dieses Material so bearbeitet werden kann, dass es eigentlich überhaupt keine Spuren der Fertigung aufweist. Und dazu passt natürlich eben auch dann dieses Delegieren, dieses Übertragen des Schöpfungsvorgangs an die Maschine, die der Martin Gut hier diesen Auftrag gegeben hat. Das Besondere bei dieser Maschine ist natürlich, dass der Künstler genau einstellen kann, wie lange so ein Produktionsvorgang geht. Also, was man ja als Künstler, Künstlerin normalerweise bei der Schöpfung eines Kunstwerks gar nicht bestimmen kann, wie lange das geht, bis das fertig ist. Aber hier ist es wirklich so eingestellt, dass diese Maschine wirklich Tag und Nacht läuft, auch wenn das Museum nachts geschlossen ist und das ganze Licht ausgeschaltet ist. Die ist über einen Sonderstromkreislauf geschaltet, sodass sie wirklich die ganze Zeit läuft. und man kann an der Maschine eben auch hier vorne sehr genau sehen, wann dieser Würfel fertig sein wird. Und im Moment ist es jetzt so, dass dieser Würfel noch, dass diese Maschine noch zwei Tage oder 19 Stunden produzieren muss und dann hat der Würfel eben seine perfekte Form erreicht. Wie gesagt habe, das breche mein Herz, bin ich jetzt hier natürlich voll und ganz begeistert über dieses Exponat. Nicht, weil es uns jetzt tatsächlich einmal etwas ganz anderes zeigt. Wir haben ja vorhin schon gehört, wir dürfen hier wirklich mal auch ein bisschen erfahren, nicht nur gehängte Exponate, sondern jetzt eben wirklich auch mal auf dem Boden platziert. Aber auch hier finde ich diese vielen Facetten sehr, sehr interessant. Ähnlich wie wir es heute schon einmal gehört haben, habe ich nämlich im ersten Moment gedacht, Moment, das kann kein Kunststoff sein, das ist ein gestricktes, ein wunderbares Handwerk, eben wie wir vorhin hörten, von Sophie Täuber A. diese vielen kleinen, feinen, perlbestimmten Dinger gehoben, geknüpft. Und so dachte ich eben auch hier, ist eine Künstlerin, die lies mit, die strickt und die bringt das jetzt in kleinster Feinsarbeit mit Liebe zum Detail, entsprechend auch zur Geltung und erst beim zweiten, oder zum Ausdruck, und erst beim zweiten Blick erkannte ich dann, Moment, du meinst, wir sind in einer Kunststoffausstellung selbstverständlich, es muss mit Plastik zu tun haben und du sagtest ja, natürlich guckst du ja einmal genauer an, es ist ja nicht nur ein Plastik, sondern du wirst bald erkennen, dass da viele Strukturen drinnen sind. Genau, das ist eine Arbeit von der Zugekünstlerin Patricia Giacomella-Vonola und sie hat während eines Aufenthalts in New York sich darüber so geärgert, dass die Leute dort die Plastiktüten einfach so auf die Straße werfen, wenn sie sie nicht mehr brauchen und hat diese Plastiktüten dann eingesammelt, ohne genau zu wissen, was sie damit machen will und dann kam ihr die Idee, dass sie die ja auflösen kann und einen langen Faden aus diesen Plastiktüten machen kann, den man dann eben auch wie ein Textilfaden verarbeiten kann. Und sie hat dann daraus dieses Bettzeug gehäkelt, das wir hier sehr schön sehen, mit einer Matratze, einem Deckbett und zwei Kissen und sie wollte das machen, weil sie so dieses Material, das eigentlich aus dem Außenraum, aus dem anonymen Außenraum kommt, dann zu einem Ort macht, den wir mit dem Intimsten verbinden, was wir kennen, nämlich das Bett, in dem wir schlafen, in dem wir vielleicht geboren werden, in dem wir auch sterben, also was mit unserem Körper auch unmittelbar zu tun hat. Und zugleich ist dieses Bett natürlich wie eine Insel, das hier im Ausstellungsraum, die hier im Ausstellungsraum steht. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass es im Meer, im Atlantik und im Pazifik an bestimmten Stellen riesige Inseln aus Plastikabfall gibt, der durch einen Wirbel zusammengezogen wird und dadurch bilden sich solche riesigen Inseln und die suppen natürlich die ganze Zeit dann Giftstoffe aus und verunreinigen die Meere. Und darauf hat Patricia Raccumella auch Bezug genommen, mit dieser Karte hier, der Insel Nentucket, im Nordatlantik. Dort ist nämlich ganz in der Nähe auch so ein großer Plastikwirbel, der ständig Giftstoffe aussondert und dadurch die weichen Fischvorkommen, die es ursprünglich um den Tucket herum gibt, immer mehr bedroht. Und das ist eben so eine Arbeit, wo klar von der Künstlerin angespielt wird auf die gefährliche, für die Umwelt gefährliche Wirkung des Plastiks. Und das ist natürlich eine ganz enge Verbindung zu Hans Erni, der sich sehr stark immer auch für Umweltschutz eingesetzt hat. Und solche Arbeiten wie diese hier oder auch die Arbeiten von Ursula Stalder, die Objekte an den Meeresküsten sammelt und daraus ihre Installationen macht, das war mir für die Ausstellung eben auch sehr wichtig, das eben auch zu zeigen. Dass Plastik nicht nur ein gäbiges Material ist, mit dem man viele tolle Dinge machen kann, sondern dass es auch ein Material ist, das unsere Umwelt unmittelbar gefährdet. Und genau dieses Argument ist es, womit du die Jungmannschaft ganz stark begeistert hast. Meine Tochter, die du ja auch kennst, die hat gesagt, schau mal, das ist jetzt wirklich eine Idee von Heinz, die er aufgegriffen hat. Und unsere Künstlerin hier, von der du sprachst, sie hat 2017 ja diese Idee schon entsprechend ergriffen. Und das freut mich so sehr, dass diese Nachhaltigkeitsdiskussion, die ja jetzt immer wichtiger wird, dass sie das eigentlich schon sehr früh auch gesehen hat. und unsere Aufmerksamkeit ganz subtil darauf bringt. Also wirklich, das hat mich so sehr gefreut, dass sie eine wirklich feine, einfühlsame Art gefunden hat, holistisch, ganzheitlich. Denn ja, natürlich, als Kunstwerk ist es immer aus der Zeit geboren heraus. Und sie hat den Tenor, also beidsichtig eigentlich schon ergriffen, hat das erfasst und umgesetzt. Und das begeistert mich wirklich sehr in dieser Ausstellung, was ich anfangs auch gesagt habe. Wir haben einmal mehr die Möglichkeit, das Wasser und unsere Umgebung, unsere Natur wertzuschätzen. Und ihr hattet das ja in eurer großen Veranstaltung, im Podiumsgespräch, wo ja wirklich Fachleute dort waren. Kunststoff ist wertvoll. Kunststoff kann Leben retten. Genau, und das schauen wir uns jetzt in einer letzten Arbeit noch an, die wir Ihnen gerne zeigen möchten heute Morgen. Du hast mehrfach jetzt schon die Textilkünstlerin Sophie Teuber-Arp ins Spiel gebracht. Sie hat sich ja immer auf der Grenze zwischen Hochkunst und angewandter Kunst bewegt. Und es war mir darum auch wichtig, in dieser Ausstellung auch einen Beitrag zu haben, der eher im Bereich der angewandten Kunst, des Designs sozusagen ist. Und ich habe dann die Kollegen von der Hochschule hier in Luzern gefragt, ob sie Studierende kennen, die mit Plastikrecycling arbeiten. Und sie haben mir dann dieses Projekt hier von Lorena Adler und Selina Katruvi empfohlen, Sichtwandel. Und es ist ein Projekt, das sehr viel mit Textil zu tun hat. Sie sind nämlich bei ihrer Arbeit darauf gekommen, dass die Kleidung, die man im OP oder in anderen Bereichen des Spitals benutzt, sehr häufig heute aus Plastik ist und nicht mehr, wie das früher war, gekocht und dann wiederverwendet wurde, sondern dass die nach dem Gebrauch dann immer weggeschmissen wird. Und so jedes Spital einen riesigen Haufen von diesen Plastiktextilien produziert. Und sie haben sich dann eben überlegt, dass man diese Eindeckleitung ja eben bearbeiten und verarbeiten kann und dann aus diesem Textil eben so eine Folie machen kann, die man dann zum Beispiel, wie wir das hier sehen, in so einen Wandschirm einspannen kann, den man dann entweder im Krankenzimmer aufstellen kann, um Becken voneinander abzuschirmen oder im Wartebereich aufstellen kann, um die Leute da voneinander zu trennen. Also multifunktional, wenn ich das so aus dem auch wirklich nochmal raushole, ist es tatsächlich ja auch wie bei beiden Künstlern, nämlich Sophie Tolmerab beziehungsweise Sonja Delonier auch in der Druck gegangen, Ruhekunst oder angewandte Kunst, in welchem Lebensbereich, wo wird diese Kunst ausgestellt, wo wird sie entsprechend von Nutzen sein. Und gerade bei Kunststoff war es natürlich sehr, sehr wichtig, einfach auch einmal zu schauen, dass es denn eben wirklich nicht nur mehr ein Bereich gibt, sondern das auch, muss man ganz klar und deutlich sagen, jetzt hier im Alltag wirklich auch Einklang findet und ja tatsächlich auch eben als Wandschirm eingesetzt werden kann und dadurch natürlich weitaus mehr als ist, einfach nur mehr als ein Sammlungsgegend. Ja, meine Damen und Herren, wir haben unseren kleinen Rundgang beendet. Sie können diese Ausstellung jetzt noch eine Woche lang sehen, bis zum 25. April. Sie können sich dafür auch vorbereiten, indem Sie zum Beispiel hier durch diesen Katalogblättern zur Ausstellung mit Beiträgen von Katrin Kolk und mir zum Thema Plastik in der Kunst. Und ich möchte mich hier vor den Werken von Verena Wannoli und Geraldine Honauer noch einmal ganz herzlich bei Kerstin Wieter bedanken, dass du hier den Weg gefunden hast, den St. Erni Museum und mit mir gemeinsam einen frischen, anderen Blick auf diese Ausstellung genommen hast, als ich das tun würde. Also herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, lieber Heinz, noch einmal für die Einladung. Bedanken möchte ich mich aber auch ganz herzlich bei unserem Kameramann, der das wunderbar eben umgesetzt hat, sodass die Kunst zu Ihnen nach Hause kommen konnte. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute und gute Gesundheit.